Moin Leute, Willkommen zurück zum Bloody Trapland mit Manny und Luna Jeder wieder drei Versuche, okay? Ja, eins Zwei Zoffa Oi, guck mal, Manny, Manny, okay, jetzt ich Weiter komm ich nicht Zoffa, wie macht ihr das mit den Schallstattern? Zwei Drei Oh, nochmal drei Oh, guck mal, guck mal, jetzt macht das Jetzt macht das, jetzt macht das, er macht ihn Guck mal, wir haben uns ja gerade erst auf Wir haben uns ja gerade erst auf So Vielleicht bin ich jetzt auch besser, weil ich eben wieder viel Wasser getrunken habe Ist wieder nach Livestream, Leute Ja, es ist nach Livestream, es ist jetzt 23.30 An einem Wochenende, wo der kleine Luna, äh, gerne, oh mein Ja, bisschen Wursten würde, ne, jetzt Nichts Wursten gehen lässt, ach du Scheiße Luna mit drei Promille am Sonntagabend Ja, super Hast du keine Lust zu spielen, Luna, oder was machst du das? Ne, ich werde, ich hab das ganze Wochenende über, ja Meine Fresse Eigentlich ist das schon wieder zu leise, Moment, ich mach mal lauter Yeah Ich krieg das nicht hin Ey, komm, Nick, um die scheiß Stache 10% ist zu laut Und 5% ist zu leise Gibt es wie, 8% oder so, das wär voll ideal Ich mach das manuell danach immer Ich hab das Spiel auf 5% oder so Ach komm jetzt Ne, ich auch, aber es ist mir einfach ingame aufs Laut Ich kann nicht verstehen, ich versteh einfach Moin, 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 Moin Warum kann ich nicht mein Schnuffeltuch als Fallschirm benutzen? Das ist so wie Aladin 3, 2, 1 Ich hab nur nen Bazooka unterm Helm Den zieh ich dir raus und schieß die Wände kaputt Das war nix Das war nix Meine Aufgabe ist heute Den Sonntagabend Leben zu überstehen Gibt's nicht Moin Ich kann den Kack nicht 2 3 Und, 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 und Luna, auf geht 4 Geh, mach, komm, mach es Luna, mach es, geht Luna, ich hab das Gefühl, dass deine Figur hundertmal hektischer ist als die von Brugger oder mir Sieht einfach am Rot Ja Brugger ist so ein bisschen edel und deiner ist so Gut, die gucken alle scheiße, aber egal Meiner dancen immer so geil Ich hab's reinbar verkrankt Hier, guck mal den Dance an Oh, guck mal, ich komm nicht nur um diese verdammten ersten Staffel Ja, es ist bei mir genauso, ich weiß nicht Wahrscheinlich sind wir müde vom Livestream noch Aber wir müssen die aufnehmen Ich kann es nicht Ich kann es nicht Leute, ich kann das nicht Gibt es da nicht ein Cheap-Modul, oder das wir jetzt save Aber wie machst du es hinterher, hast du gesagt Nimmst du die Sprach-Sound-Spur und Ja, ihr seid bei mir richtig laut, aber das Spiel das geht immer hoch Keine Ahnung Ich meine, das Spiel ist, ich meine, man könnte ja auch mit Dings arbeiten Mit, wie heißt das nochmal, Audio-Virtual-Auto-Cable Da kannst du quasi Team-Speak als eigene Audio-Spur nehmen Der hat drei Autospuren Das ist richtig edel Ne, mach ich nicht so Drei Autospuren? Drei Autospuren, ja Drei Autospuren, ich war immer auf der Mittleren Mit 150 Ja Auf der Autobahn, muss ich schneller fahren Das ist aber gut Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Ja Ihr lenkt mich ab irgendwie Ja Und steht da Tropfen Hülter-Strahl Lep mal still stehen Lep mal still stehen, ich muss mich jetzt konzentrieren Bleib okay Wenn ihr meinen Gesichtsausdrucker sehen könntet, ey Okay, ich bleib still, mach hier Das nervt ungemein Ja seht ihr mal, deswegen war ich letztens auch so still irgendwann Ah, komm nochmal Nochmal Man will aber auch immer wieder, ne Man will nochmal jumpen Was ist denn Was ist denn? Ah, Schöne Maddy 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 Okay Leck mich jetzt Der Sprung ist so affig hier Oh, scheiße Ja, da bin ich ja beim letzten Mal draufgegangen Wenn ich da drüben wär, würde ich's voll durchrocken Aber da hinten, die Anfangs hab ich nicht Ja, ich auch Lachen wir immer, weißt du Ich darf nur eins nochmal So, jetzt Doch, ich hatte nur zwei Achso Oh, bitte Oh Hab ich nicht mitgezählt, weil du so weit gekommen bist Nicht dann nur nein brüllen Jetzt hier Buah Bruder hast du seinen sechsten Versuch, glaub ich Sein achten, sein neunten, sein zehnten Oh, ich komm halt nicht um die Starre oder so Wenn ich da unten auf den Ohne Witz Wenn ich auf dem Fließband wär, dann wird's laufen Ich sag's euch, dann läuft Aber ich komm nicht an diesen Stacheln vorbei Noch nicht Ah, einmal noch, komm mal, immer noch Luna Nein Fuck die Kacke Puppelpupp Ich bin noch nicht einmal an den Stacheln vorbeigekommen Ich raff das nicht, wie er das könnte Du hast doch, warst du vorhin schon an dem einen Ding da unten in den zweiten Raum Warst du auch noch Ja, im zweiten war ich, aber ich war noch nie ganz unten, so wie ihr Der zweiten ist das eigentlich, guck mal, Maddy mach dich im Spiel Na guck Maddy, guck mal, wir lassen doch dich Das ist ja am einfachsten, sorry Ich geh mal auf Karl, komm nach halben Stunde wieder Nein Oh, ich hasse diesen Sprung, jetzt will ich aber nochmal Ich bin dran Nein, ich bin dran Lass Maddy nochmal Ich bin dran Ich bin dran, lass Maddy nochmal, wa Was ist jetzt denn Ja, ich bin eigentlich dran, aber mach du jetzt nochmal, komm Ach, nein Im besten, das sind wir Im Moment, guck mal Wir lassen jetzt Maddy mal kurz machen Aber halten alle drei gleichzeitig für 10 Sekunden die Schnauze Mal gucken, wie's klappt Gar nicht Das haben wir doch schon hundertmal versucht Nein, das klappt Ich lenke sofort, aber ich komm hier nicht rum Ich komm hier nicht Ich weiß auch nicht, wie ihr es Ihr müsst einfach weitermachen, wenn ich da rechts was mache Dann hab ich sonst so viel Druck und kann nicht mehr Das ist wie, ähm, Steh bis vor, dann Schiff und Schiff Du kannst ja rechts warten und gucken, ob wir rüberkommen Hihihi Warum einfach Schnauze halten, jetzt ruhig Wie man mein Gamepad wahrscheinlich eine Aufnahme extrem hört Klack, klack, klack Das ist mir so egal Haben wir eigentlich alle drei ein Original? Ich hab'n Xbox Mhm Ich hab'n Logitech Ist auch gut Komm, wir machen jetzt jeder einmal nacheinander, bis der andere drüber springt Und dann springt der andere hinterher, komm Dann haben wir auch keinen Durchgangs- Okay, hier, dann kann nix passieren Man hat ja eh keine Pause bis da unten hin Ich will dir dieses Spiel einfach mal Mit Ohhhh Side-Limit vor Lass dir einfach mal vor 20 Sekunden Ja Moin Bis zum Ende des Levels Komm, wir die machen Wie gesagt, jeder nacheinander Wenn einer oben drüber kommt, dann der nächste sofort hinterher Genau so Das wollen Flow reinkriegen, weißt? Toller Flow Näh 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 Weil wir zu dritt sind Zweit wird das funktionieren Näh Näh Aber zu dritt ist das Näh Das ist voll kacke dieser Level, Leute, ich will die nicht mehr Komm, Luna, nicht nach mir springen, bitte Das ist nämlich ein Todesvorteil Werde ejakulieren, wenn ich das hier schöffle Einfach so Läuft dir das Ejakulat am Bein her Einfach mal so, ohne dass du überhaupt um was angefasst oder gedacht hast Einfach nur, weil es geschafft hast Nee, einfach nur plaksch Arme Plaksch Tomp Auf einmal ist auf der Straße ein großer Stein Boah, Leute Ja, genau das wird passieren Oh, guck mal, ich verliere dann immer die Nerven Der Gedanke macht mich grad fertig Ich krieg's doch nicht hin Lustig, ne? Brugger, mache Nächster Nein, komm da rein, Luna Luna, du Schnitzebieger Das ist immer gehört wie Otto Aha Nein Nein Komm da nicht rum, das ist doch un Ich bräuchte mal eben schnell ein Messer Für was? Um mir selbst die Halsschlagader durchzuschneiden Du lässt sich schnitzen So ein bisschen am Arme Nö, Ritzen ist scheiße Ich bring mich direkt um Ja Oh, meine Fresse Du lässt Selbstmord Hilft am meisten Nur Selbstmord ist die Antwort, keine Frage Ah, du, du, du Luna, geh, komm Kina, ich hasse es, ich will nicht mehr Der Level ist kacke Vor allem, wir können nicht überspringen, Leute Wir können nicht überspringen Erst wenn wir ihn freigeschaltet haben Wenn wir ihn durch haben, können wir überspringen Wir laden uns gleich ein Savegame irgendwo runter Ja, 100 Pro Mach ich dann als Server Nein Ja, genau, mach das Wir sollen einfach irgendwo anders reinholen uns den Spielstand von denen Nein Die für zwei wird bestimmt, Adi Irgend so ein Japaner, der hat keinen Wetten, es gibt gar keinen Lerwigen Wetten, es gibt gar keinen Lerwigen Schauen wir uns den Chinesen, weißt du Die man das hier mit verbundenen Augen und nach Angaben Oh, Shoguro! Oh, Shoguro! Ey, ganz ehrlich, das Spiel Nein! Wartere! Nei! 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 Ja, mach jetzt Mach jetzt! Mach jetzt, Mach jetzt! Das fängt so leicht an, das Spiel, weißt du? Die ersten drei, vier kompletten Level. Nicht nur die Unterhaltsschnitte, sondern die ganzen Level-Abschnitte, weißt du? Ich bleib jetzt erstmal hier stehen und warte auf euch. Ja, machst du schön. Kannst lange warten. Oh, guck mal, ich komm nicht immer um die ersten Kackstacheln hier rum. Es geht nicht. Dieser Sprung da mit der Keule, der ist so arsch. Nee, der ist nicht arsch, der sieht eigentlich ganz einfach aus. Der ist nicht einfach, der sieht nur so aus. Und ich glaube, es wird noch schwerer, ey. Ist aber nicht umsonst die letzte Welt. Hölle. Och, komm schon, ich will wenigstens nur mal runterkommen, nicht immer nur dein selben Scheiß hier. Das ist einfach nur ekelhafter Aids-Aktion, ey. Mann, Alter, der ist Hepatitis, das spaßiger ist, dieses Spiel. Weißt du das? Ja, ich seh mal nicht. Weiß ich nicht. Aber ich bin hier für. Ich weiß doch was. Nein, jetzt mach doch die Kacke, Maddy schaffst du schon wieder. Warum schaff ich das nicht? Ja, aber das bringt mir überhaupt nichts. Warum schaff ich das nicht? Doch, Maddy. Nein, das fährt ja nach rechts. Du musst dann links weiter raus, genau. Ja, das Problem ist aber, dass oben wieder diese Steingeschichte da rauskommt. Dann musst du kurz hochspringen, runterspringen, dann danach wieder hochspringen und dann oben warten. Dann wird's einfacher. Ja, aber da bin ich so nervös. Auch ganz ehrlich, wenn ich's wenigstens mal auf diese dumme Plattform da runterklafe... Jetzt lass mich doch da runter, verdammt noch mal. Oder wie sagte, okay, ich weiß, ihr wisst ja, klar, aber wie sagte Funk Royale schon so schön? Ich hätte lieber Bock drauf ein Glas Alter zu trinken, als das Spiel noch weiter zu spielen. Guck mal, Maddy. Okay, wie machst du jetzt... Maddy, wie komm ich denn da rüber? Das geht ja nicht. Du musst eins weiter runter, glaube ich, und dann rüberspringen. Ja, aber wie kommen wir jetzt weiter runter? So, und dann... Genau, und dann eins rechts. Und zwar... Warum kommt der eigentlich jetzt nicht mehr rüber? Weil... Weil Nussbaum... Maddy, Maddy! Halt die Schnauze jetzt. Halt die Schnauze. Wie geht denn das? Ui. Das ist so gemein. Und ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich war gerade so auf 180, Jungs. Glaubst du? Luna trinkt nicht so viel Bier, das macht nur kaputt. Das war gerade Rotwein. Ich brauch das. Du hast schon eine halbe Flasche Applekorn. Ja, Rotwein. Das hilft nicht, hilft nicht. Das hilft. Mach's doch noch schlimmer hier. Oh, jetzt lass mich doch da runter, bitte, bitte, bitte. Einmal bin ich... Was ist das denn jetzt gewesen? Einmal bin ich nur da runter, verdammt nochmal. Das Spiel verarscht mich, das lässt mich nicht runter. Ja, Luna, jetzt verspürst du... Geh mal weg, komm. Ja, ich auch mal los, mal wieder. Ja, jetzt auf einmal, wir müssen wieder reinlaufen in die Parade. Na. Das ist doch zu kotzen. Das ist doch zu kotzen. Das ist einfach nur Butter. Das ist schmant. Ich will doch nur die Stacheln überwinden. Ist es denn zu viel für lang? Ja, ist. Ist hab, hab, moin, hab. Oh, geil. Oh. Nein. 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 Mama. Ich hätte jetzt gerne, ich weiß ich nicht, ein Falafel, das aus einer Kuh besteht. Also so ein Euter von einer Kuh, nur dann mit Fleisch gefüllt. Wie viel mit Haggis oder sowas. So ein Haggis aus Kuh, Alter. Warum komm ich da nicht runter? Maddy, warum schaffst du das immer wieder und ich nicht einmal? Maddy hat's einfach drauf, der kriegt das schon hin. Wir haben doch ungefähr denselben Skill, was das angeht, hab ich schon festgestellt. Ich bin besoffen hier, ich krieg das gar nicht mehr hin. Ich will ins Bett. Bei Mario Hextet wird auch immer gleichwertig. Also gut, ja, klar, nicht immer, aber... Siehste, der Maddy, der macht das einfach. Ich hab, glaub ich, ein zu kack Gamepad dafür. Ah ja, immer die Technik, ne? Immerhin kommt das scheiß Ding dann nicht mehr rüber. Nein, ich sag dir, es ist die Größe, die Technik ist scheißegal. So. Jetzt geht's dir. Ja, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Der Umfang, der Hut, der Hut, der stört einfach. Umfang, der Stoßkraft. Das ist einfach simple Physik. Genau. Da komm mal, ich lenke halt rein, obwohl ich sofort die Taste loslasse. Ich hab das nicht drauf mit diesem Um die Kurve lenken. Oh, Maddy, komm. Hä? Hä? Hä, warum gehst du ja vorhin und das auf einmal nicht mehr machen? Dieser scheiß Kacke regt mich auf! Wo guckst du denn dazu? Ja, ich guck ja auch nur zu, aber das regt mich grad trotzdem auf. Ich will auch überspringen, aber... Mach dir immer hier diesen Zirkel, da komm ich nicht mehr rein. Komm, mach es, komm. Ach, jetzt. Los, Luna. Bring jetzt! Jaaa! Nein, ich höre immer an der einen selben Stelle! Kackwurst, Bruder! Oh, genau. Ich will ich jetzt nicht mehr. Wir haben gleich die ganze Folge schon wieder voll mit dem Dreck hier. Ich will's doch einfach nur. Komm, Luna, bring jetzt! Bring jetzt! Ich krieg ne Todgeburt, ey. Ich krieg einfach grad ne Todgeburt. Oh, Kino, wie macht ihr das? Ich kann das nicht. Oh, Mehdi, der macht das, ey. Der macht das. Weil, ich geh mir erst rechts, dann links. Mehdi hat einfach die viel bessere Technik drauf beim runterhüpfen. Oh, jetzt. Muss wahrscheinlich direkt rüber, wahrscheinlich. Zack, und dann rüber und dann... Okay. Genau. Ja, ja, ja! Oh! 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 Scheiße! Oh, sorry! Wir lassen den Part jetzt Part zahlen, war gut. Viertelstunde ist fertig. Oh! Ich warte noch jetzt, komm lass ihr Ende. Oh, jetzt ist es vorbei. Bis dann, tschüss, 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 tschüss. Ciao, ciao, ciao.